So, herzlich willkommen zum Mittagsupdate. Wie ich vorher schon auf dem Desktop angekündigt habe, habe ich die Versorger jetzt mitgebracht. Die sind aktuell die Tagesgewinner im DAX und markieren gerade auf Xetra RWE ein neues Tageshoch. Sie stehen aber immer noch, ich habe jetzt hier erst E.ON auf dem Schirm, sie stehen aber immer noch an einem waagrechten Widerstandsband. Dieses muss im Prinzip noch geknackt werden, bis zum ersten Kursziel, welches A8,30 Euro lautet. Wenn man hier die Struktur anschaut, könnte man das als ersten Impuls oder eine Aufwärtskorrektur A sehen. Hier eine B und jetzt könnte auch nur eine Welle C kommen. Anschließend von dort aus ist eben noch entscheidend, ob es wieder ein neues Tief gibt oder ob das hier laut der Ellen Welttheorie hier eine 1 ist, eine 2 und hier eben eine 3 startet. Und sollte es eine 3 sein, dann wäre mein Kursziel knapp unter der 9-Euro-Marke angesiedelt. Hier dürfte es zunächst nicht weiter nach oben gehen, weil auch im Tageschart hier dann der EMA38 lauert. Der würde jeweils hier nicht überwunden, hier nicht überwunden und wäre sozusagen hier das Anlaufziel. Bei RWE sieht das Bild ähnlich aus, hat eben gerade ein neues Tageshoch markiert und könnte jetzt im 4-Stunden-Chart sind wir jetzt hier unterwegs, könnte jetzt direkt hochlaufen, bis zur 11,30 Euro Marke. Hier würde dann der Kurs auf die Wolkenunterkante treffen und auf dem EMA62. Ja, das ist einer meiner auch eher meiner Lieblings-EMAs, die ich oft im Chart verwende. Das sieht man da auch. Ja, hier wurde er noch kurzfristig überwunden, aber kam nicht über die Wolkenoberkante hinaus. Und hier könnte eben auch die Wolkenunterkante mit diesem EMA62 ein prädestiniertes Kursziel sein. Im Tageschart, wenn man hier mit der E.ON vergleicht, ja, hätte der Versorger noch bis zum EMA38 und eben auch hier zum horizontalen Widerstand wäre hier auch gleichzeitig bei 12,50 Euro. Also könnte im Prinzip das erste Kursziel 11,11 Euro lauten und geht es hier signifikant drüber, könnte es dann direkt auf 12,50 Euro laufen. Werfen wir noch einen Blick auf den US-Markt. Da kommen ja um 14.30 Uhr die wichtigen Arbeitsmarktdaten raus. Da könnte es auf jeden Fall noch das präferierte Szenario eintreten, dass wir erst noch eine Korrektur sehen im Laufe der nächsten, ja, ein, zwei Handelsstunden relativ schnell. Vielleicht eben nicht mehr so einen tiefen Rücklauf, aber bis zur 4.200er Marke könnte es locker gehen bei der Volatilität. Aber dann sollte man, bevor man hier blind einsteigt, sollte man noch in den unteren Zeitebenen, vielleicht im 30-Minuten-Chart, auf eine Umkehrkerze warten, ja. Und sonst wäre immer noch der untere Bereich bei 4.185 etwa ein geeigneter Rücklauf zum Einsteigen von neuen Long-Positionen. So, dann wünsche ich noch allen ein glückliches Händchen zu den Arbeitsmarktzahlen und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende allen und danke fürs Zuhören.